Herzlich Willkommen zur ALPAN Version 2022. In diesem Video zeige ich Ihnen ein paar Neuerungen im Bereich Ingenieurbau. In der neuen Version hat es interessante Neuerungen und Verbesserungen. Wenn man zum Beispiel mit der Maus auf eine Funktion geht, erscheinen hier sogenannte Tooltips, bei denen gezeigt oder geschrieben wird, was die Funktion kann. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie neu mit ALPAN arbeiten. In der Objektpalette kennen Sie sicher schon, dass man verschiedene Elemente ein- und ausschalten oder markieren kann. Neu können Sie auch Elemente einer Fahrkodierung geben. Als Beispiel setzen wir den Filter auf die tragenden Bauteile. Nun möchten wir mal die nicht tragenden Bauteile mit der Farbe Rot kolorieren. Sie sehen diese Umfärbung direkt in der Animation. Die tragenden Bauteile setzen wir auf Grün. Somit haben Sie eine einfache, visuelle Darstellung der umgefärbten Elemente. Auch neu in der Animation ist der Bewegungsmodus. Wenn Sie auf ein Element klicken und dann die Maus ziehen, dreht sich die Kamera um das Element. Das gleiche Prinzip finden Sie auch in BIM+. In der Bauwerkstruktur können Sie neu ein Teilbild auf mehrere Teilbilder kopieren. Zum Beispiel, wenn Sie etwas auf mehrere Etappen unterteilen möchten. Hier in diesem Fall kopieren wir das Teilbild der Decke auf drei neue Teilbilder, um so die Etapierungen zu beginnen. Bei den Ansichten und Schnitten hat sich auch einiges getan. Wir generieren eine Ansicht und setzen sie ab. Bis jetzt war es so, dass immer alle Elemente berücksichtigt wurden. Wenn Sie zum Beispiel einige Elemente nicht in der Ansicht haben möchten, können Sie dies jetzt neu bereits beim Absetzen tun. Sie gehen bei der Eingabe auf Auswählen und selektieren die Elemente aus, die Sie in der neuen Ansicht drin haben möchten. Die Selektion kann im Grundriss oder auch in den bereits abgesetzten Ansichten folgen. Jetzt sehen Sie nur die gewählten Elemente. Sie können neu bei den Ansichten und Schnitten direkt mit der Pipette aus den Assistenten oder aus den bestehenden Ansichten und Schnitten wählen. Somit werden die Formateigenschaften übernommen. Der Schnittbereich können Sie im Grundriss anpassen oder ändern. Um die Schnitthöhe anzupassen, musste man dies bisher in einem Ansichtsfenster machen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Höhe direkt im Schnitt selbst zu verändern. Nun können Sie den Bereich in alle Richtungen anpassen und korrigieren. Unter dem Register Ingenieurbauwerke finden Sie nun die automatische Bewährung mit den Python-Parts. Zu diesen Funktionen wurde auch separat ein Video gemacht. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung. Sie können sicherlich die Funktion Verknüpf verschieben, mit der Sie Eisenverlegungen vom einen auf das andere Stockwerk verschieben können. Diese Funktion wurde durch das normale Verschieben ersetzt. Somit können Sie mit Verschieben alles anwählen und mit einem Wert alle Bewährungen in eine neue Lage bringen. In der Vorschau sehen Sie, ob alles passt. Die Verlegetexte werden auch unverändert mit verschoben. Dies war nur ein kleiner Einblick in Alplan 2022. Verpassen Sie keine weiteren Videos und abonnieren Sie unseren Kanal. Sie finden unten in der Videobeschreibung einen Link zur Playlist aller Alplan 2022 Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.